Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Video, Video, Video. Heute werden wir mal ein paar Sounds mit in diesem guten Stück hier durchführen. Ihr seht schon, was ist es? Es ist eine Rolle. 100% elektrisch. Ich zeige euch mal, welches hübsche Stück ich habe. Es gibt nämlich tatsächlich verschiedene. Einmal gibt es diesen hier, dann diesen hier und den Mone X. Ich kenne mich damit nicht so close, Leute. Ich fahre einfach nur damit. Aber vielleicht ist es für einige doch interessant. Free Simple Electric. Ja, 100% elektrisch. Den lädt man dann. Und dann lade ich hier mal wieder auf. Und ich habe den hier. Den Amalfi. Das erkennt ihr auch daran. Sehr, 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 sehr cool, wie ich finde. Aber da kommen wir dann nochmal zu. Und ja, den gibt es in so vielen Farben. Sogar in rosa, in blau, in gelb, in rot. Der hier ist auch matt. Also richtig cool. Wirklich. Ich bin echt ein Geister. Ich liebe den super cool. Vor allem auch in der Farbe. Mega. Hier seht ihr die ganzen Farben. Genau. Falls dich jemand für die technischen Daten interessiert. Dieser Sitz ist auch wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Natürlich ist ein Ausländer geeignet. Und natürlich ist es ein Ausländer geeignet. Es ist alles ein bisschen gelb von dem Blüten. Aber hier könnt ihr sehen, dass ich zum Beispiel auch einen kleinen Koffer drauf habe. Meine Nägel auch fast passend. Da passt auch wirklich sehr, sehr, sehr viel rein. Es ist heute ein bisschen windig, also sorry für meine Hintergrundgeräusche. Ich zeige ihn euch jetzt auch mal und ich finde im Großen und Ganzen sieht der schon echt stylisch aus. Oder schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber ich finde es absolut cool. Sogar mit einer sehr guten Handyhalterung. Die kann sich natürlich jeder einfach dran machen, keine Frage. Ja, also ich finde die sehr, sehr praktisch, wenn man mal das Napi nutzen muss oder ähnliches. Ja, wie gesagt, leider wirklich ziemlich dreckig von dem ganzen Blütenstaub. Hier ist der Schlüssel. Ich zeige euch mal, was sich hier versteckt. Und dann geht nämlich der Sitz auf und da habt ihr dann das Ladekabel und die Batterie. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist es sogar gerade voll, da ich jetzt gleich wieder eine Runde fahren werde. Dieses gute Stück hier fährt übrigens 45. Es gibt auch noch andere, wie ich euch eben in dem Häfenchen gezeigt habe. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen damit beschäftigt, weil es hat mich dann doch mal interessiert. Aber mir persönlich reichen die 45 auch auf jeden Fall. Aber wer das dann eben schneller mag, könnte es natürlich auch sicher einen anderen kaufen. Ich finde das Ding auf jeden Fall mega cool und bin mega happy darüber. Und ich dachte mir, damit muss ich natürlich sofort ein Video machen, oder? Genau, das ist die Alarmanlage. Das ist der Schlüssel für das Ding. Den kleinen Koffer. Und ja, zum Beispiel hier auch noch ein kleines Fahrrad. Das zeige ich euch. Da ist die Bahnweste drin. Genau, und die Papiere. Also sehr praktisch, wie ich finde. Wenn ich es jetzt auch wieder dazu bekomme. Und mein Highlight ist definitiv diese Schrift, weil ich finde, da haben sie sich auch echt Mühe gegeben. Oder ich finde, das sieht einfach total cool aus. Am Halfie vor allem sehr cool, was ich das Ding jetzt habe. Weil ich ja wirklich gerade erst in Amalfie war. Könnt ihr gerne auf meinem Instagram vorbeischauen. Da seht ihr meine ganzen Bilder aus Amalfie und Positano und Kadri. Ich habe da so eine kleine Rundreise gemacht. Ja, aber es sieht einfach wirklich, 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 wirklich schön aus. Dreams. Dreams. Dreams, obwohl ich mir nicht sicher bin, wie man das genau ausspricht. Ich finde auch, dass man hier wirklich sehr, sehr, sehr viel Platz hat. Und meinen Rucksack, den mache ich immer hier fest. Wirklich, das ist total praktisch. Und für die Füße hat man halt auch wirklich sehr Platz. Ich bin auch schon mit einer Freundin zusammengefahren. Das war wirklich auch super, super, super cool. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn man das anmacht. Ah, ihr seht das jetzt gar nicht wegen der Sonne. Jedenfalls ist hier noch die Anzeige. Aber ja, jetzt seht ihr es da. Der Akku ist voll. Und dann gibt man tatsächlich einfach Gas und fährt los. Das hier ist noch der langsame Gang. L. Oder ansonsten H. Da fährt man ein bisschen schneller mit. Also, ich glaube, hier nur bis 25. Und hier halt bis 25. Ich nutze natürlich H. Keine Frage. Ja, auch diese kleinen Diterls. Diterls. Diterls, wollte ich schon sagen. Finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich stelle euch auch mal den Reifen an. Sehr stylisch. Das passt schon echt alles richtig gut, wie ich finde. Also, bei dem Design haben sich auf jeden Fall alle beteiligten wohl sehr mühe gegeben. Ich bin eigentlich gar kein Fan von diesem krassen Retro-Style. Aber dieses Ding hat es mir echt angetan. Schau gleich. Kann ich nicht anders sagen. Für den Stadtverkehr reicht es einem wirklich vollkommen aus, ne? Das Licht. Auch rund. Ja, Hintergrundgeräusche sind da. Ja. Ansonsten, meine Lieben, war es das jetzt auch schon wieder. Die Hintergrundgeräusche werden auch, glaube ich, nicht mehr aufhören. Von daher hoffe ich natürlich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Und übrigens hat man hier auf dieser Seite auch nochmal denselben Schriftzug. Sehr, 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 sehr cool. Ja. Cool, oder? Und dann hat man hier so eine seitliche und natürlich noch eine große. Also mit Stämme, um das dann einfach auch sicher abzustellen. Ist jetzt halt nicht mehr so sauber, da ich die letzten Tage schon mitgefahren bin. Aber naja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ja, ansonsten, keine Sorge, sehen wir uns ganz, ganz bald wieder. Und euch noch einen wunderschönen Tag. Bye, bye. Bye. Bye.